Die Angriffe der pro-palästinensischen Anhänger auf deutsche Straßen eskalieren immer weiter. Allein letzte Nacht sind über 65 Polizisten in Berlin verletzt worden und der Polizeipräsident ruft um Hilfe. Er sagt, unsere Polizei ist am Ende. Dieser Religionskrieg ist im vollen Gange und wir sind auf unseren deutschen Straßen nicht mehr sicher. Alle Infos in diesem Video, los geht's. Erinnert ihr euch noch an die Worte der grünen Politikerin Katrin Göring-Eckardt? Als nämlich diese ganze Migrationswelle begonnen hat, hat sie gesagt, unser Land wird sich ändern und zwar drastisch und ich freue mich drauf. Tja, und damit hat sie vollkommen recht gehabt. Unser Land hat sich wirklich drastisch geändert. Das sieht jeder von euch live jeden Tag auf der Straße, aber auch nur, wenn man mal die Nachrichten aufmacht. Heute schrieb die Welt zum Beispiel pro-palästinensische Demos in Berlin. Angriff auf Polizisten, brennende Barrikaden in Neukölln. Angriffe auf die Polizei, Judenhass-Demos in Berlin eskaliert, 20 Beamte verletzt. Oder zum Beispiel pro-7 Berlin-Neukölln brennt die zweite Nacht. 65 Polizisten verletzt, 174 festnahmt. Die Polizei wird hier mit Molotow-Cocktails angegriffen, jüdische Synagogen werden attackiert und brennende Barrikaden werden auf Straßen errichtet und so weiter. Man könnte eigentlich meinen, dass das Nachrichten aus irgendeinem Bürgerkriegsland sind. Aber nein, das ist hier in Deutschland, bei uns. Dieser Bürgerkrieg ist in Berlin. Respektive es ist ein Religionskrieg zwischen Israel-Anhängern auf der einen Seite und pro-palästinensischen Anhängern auf der anderen Seite. Und dieser Stellverträterkrieg ist selbst in Berlin mittlerweile so krass eskaliert, dass sogar die Polizei am Ende ist. Gestern wurde mir von einem meiner Zuschauer der Teletext der Tagesschau zugeschickt. Und dort steht, Berliner Polizei bittet um Hilfe. Nach wiederholten Ausschreitungen bei pro-palästinensischen Versammlungen hat die Berliner Polizei Unterstützung von Bund und Ländern angefragt. Der Berliner Polizeipräsident Slowik sprach von einer sehr angespannten Lage, die Einsatzkräfte sind am Rand ihrer Leistungsfähigkeit. Und das, meine Lieben Zuschauer, ist wirklich gefährlich. Der Polizeipräsident selbst sagt, dass die Polizei am Rand ihrer Leistungsfähigkeit ist und Hilfe braucht. Und das heißt ja im Umkehrschutz, dass die Polizei unser Land und unsere Bürger nicht mehr beschützen kann, wenn sie jetzt keine weitere Hilfe bekommt. Und das ist jetzt auch kein Einzelfall. Letzte Woche hatte selbst Bundeskanzler Scholz in einer öffentlichen Rede verkündet, dass der Staat seine Bürger nicht mehr schützen kann. Er forderte in dieser offiziellen Ansprache die Bürger auf, bei dem Schutz der Mitbürger zu helfen. Und das, meine Lieben Zuschauer, ist wirklich eine riesengroße Katastrophe. Das musst du dir mal überlegen. Der Bundeskanzler gibt offiziell zu, dass der Staat seine Bürger nicht mehr schützen kann. Und die Polizei schreit ebenfalls um Hilfe, weil sie am Ende sind. Also unser ganzer Staat versagt hier auf voller Linie und die innere Sicherheit unseres Landes ist nicht mehr gewährleistet. Und unsere Ampelregierung und allen voran Innenministerin Faeser hat auf kompletter Linie versagt. Und jetzt terrorisieren religiöse Fanatiker unsere Straßen. Aber nicht nur bei uns. Das ist ja in ganz Europa so. In Frankreich mussten gestern zum Beispiel sechs Flughäfen wegen Bombendrohungen evakuiert werden. In Belgien wurden vorgestern zwei Zivilisten auf offener Straße hingerichtet. Und ein Lehrer wurde von seinem Schüler wegen einer Palästinenser-Flagge abgestochen. Also das ist wirklich schlimm, was sich hier im Rahmen dieses Religionskrieges selbst auf europäischem Boden abspielt. Und wer ist schuld daran? Naja, allen voran Angela Merkel, die damals im Alleingang komplett unsere Grenzen geöffnet hat. Und natürlich auch alle Politiker, die diesen katastrophalen Migrationskurs mitgetragen und nicht verhindert haben. Seit spätestens 2015 leben wir nämlich in einem katastrophalen Zustand, wo massenhaft Migranten aus arabischen Staaten zu uns gekommen sind und nicht mal ansatzweise ausreichend geprüft wurden. Weil neben den sehr vielen friedlichen Migranten, die zu uns kamen, sind einfach auch viele kriminelle Migranten oder sogar Terroristen zu uns gekommen. Selbst der Verfassungsschutz sagt, dass rund 450 Hamas-Terroristen mittlerweile in Deutschland leben. Und das ist einfach nur noch krass. Und der allergrößte Elefant im Raum ist, der ja nie angesprochen wird, oder immer nur mit Samthandschuhen ist, dass wir einfach massenhaft Migranten mit muslimischen Glauben aufgenommen haben. Und dieser Glaube steht nun mal im krassen Gegensatz zum jüdischen Glauben. Diese beiden Religionen sind einfach bei vielen Anhängern komplett verfeindet, wie man ja ganz deutlich im Israel-Krieg sehen kann. Das ist ein Religionskrieg. Und da muss man sich doch mal bei ganz gesundem Menschenverstand eines deutlich fragen. Wie gesagt, beide Seiten haben sehr viele friedliche und unschuldige Anhänger und Menschen dabei. Aber beide Seiten haben, wie gesagt, auch kranke, radikale und gewaltbereite Extremisten, welche sich immer bekriegen werden. Und genau das sehen wir ja aktuell in Deutschland. Ganze Straßenzüge brennen und die Polizei wird massiv angegriffen, weil wir diesen Religionskrieg aus dem Nahen Osten zu uns importiert haben. Unsere Politiker sind einfach komplett blind und glauben, das wird schon alles gut gehen. Die werden sich bei uns anpassen und ganz friedlich sein. Aber es geht eben nicht alles gut, wie wir es ja aktuell auf den deutschen Straßen sehen können. Dieses ganze Migrationsexperiment ist in seiner jetzigen Form komplett gescheitert und es muss komplett korrigiert werden. Aber dafür muss man natürlich erstmal der Realität ins Auge schauen und die Probleme ganz klar ansprechen. Und genau davor haben einfach 95 Prozent unserer Politiker Angst. Die reden jetzt schon seit acht Jahren nur um den heißen Brei herum. Und jeder, der das Migrationsproblem nur mal ansatzweise angesprochen hat, der wurde sofort als Nazi diskreditiert, ignoriert, ausgeschlossen, aus dem Job gesprochen und noch weiteres. Und klar, mit so einer Denkweise und so einer rosaroten Ideologie von unseren Altparteien wird man dieses Problem einfach nicht lösen können. Und selbst wenn man die jetzigen Aufstände irgendwie beruhigen kann, das darunter liegende kulturelle und religiöse Problem löst man damit nicht. Dafür brauchen wir eine andere Regierung. Und ich meine, eine neue Regierung brauchen wir sowieso, wenn man sieht, dass unsere jetzige Regierung in aller Welt Krieg führen will, aber es nicht mal schafft, die innere Sicherheit im eigenen Land sicherzustellen. Diese Ampelregierung, die wir gerade haben, ist eine große Gefahr für unser Land und muss sofort ausgetauscht werden. Und ich meine, was denkt ihr denn? Wie kann man dieses kulturelle und religiöse Problem, das wir in Deutschland haben, lösen oder vielleicht sogar weltweit lösen? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare unter dem Video.